Kolja Schwarz in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Range spricht ja von einem unerträglichen Eingriff in die Justiz. Was und wen meint er damit genau? Na ja, Harald Range hatte ja das Ermittlungsverfahren hier im Mai eröffnet. Und er hat immer wieder gesagt, er musste das eröffnen, weil es eben einen Anfangsverdacht gab. Er hat aber gesagt, er leitet erstmal keine Ermittlungsmaßnahmen gegen die Beschuldigten, also gegen die betroffenen Journalisten ein, sondern er wird erstmal ein externes, unabhängiges Gutachten in Auftrag geben. Das hat er gemacht. Und gestern hat er nun eine vorläufige Einschätzung bekommen, dass hier ein Staatsgeheimnis vorliegt und damit der Vorwurf des Landesverrats zumindest gegeben sein könnte. Das hat er dem Justizministerium mitgeteilt, also seinem Dienstvorgesetzten, dem Justizminister Heiko Maas. Und der hat daraufhin die Weisung erteilt, dieses Gutachten sofort zu stoppen, den Gutachtenauftrag also zurückzuziehen. Und das ist natürlich eine deutliche Weisung, obwohl hier das Ergebnis wahrscheinlich rauskommt, dass ein Staatsgeheimnis vorliegt, hat der Justizminister gesagt, das nicht weiter verfolgen. Und das meint Harald Range hiermit, das sei eine Einflussnahme durch die Politik in die Unabhängigkeit der Justiz. Viele hatten ja einen Rücktritt von Range erwartet. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund nun den heutigen Auftritt? Ja, das waren deutliche Worte von Harald Range. Das war der ganz klar der Versuch eines Befreiungsschlags. Und er hat hier seinen Dienstvorgesetzten damit direkt angegriffen. Das ist also schon, hat schon Seltenheitscharakter, sage ich mal. Man muss jetzt gucken, inwieweit das in Berlin auf Reaktionen stößt, wie der Justizminister daraufhin jetzt reagiert. Denn man muss wissen, Harald Range ist politischer Beamter. Er kann jederzeit durch den Justizminister in den vorzeitigen Ruhestand entlassen werden. Das heißt also, man muss sagen, Range hat nicht wirklich viele Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen. Aber mit diesen Worten heute hat er ganz klar das gemacht, was er kann. Er sagt, das, was da in Berlin gerade passiert, das geht nicht. Er hat noch mal darauf hingewiesen. Klar, die Journalisten, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, das ist ein ganz wichtiges Gut. Aber eben auch die Unabhängigkeit der Justiz und dass die Politik sich hier so in Ermittlungen einmischt, das sei schon ein starkes Stück. Also er versucht, sich ganz klar zur Wehr zu setzen. Und die Ermittlungen selbst, wie gehen die jetzt weiter? Ja, ausdrücklich sind die Ermittlungen nicht eingestellt heute, sondern nur dieser Gutachtenauftrag ist gestoppt auf die Weisung des Justizministers hin. Und jetzt muss man mal sehen, weil eigentlich war ja angekündigt, es gibt erst mal gar keine anderen Ermittlungsmaßnahmen. Aber das Bundesjustizministerium hatte ja angekündigt, ein internes, ein quasi Gutachten zu erstellen. Und das soll bis Donnerstag hier in Karlsruhe vorliegen. Wenn das tatsächlich als dann einziges Gutachten zu der Auffassung kommt, dass kein Staatsgeheimnis vorliegt, ja, dann wird Harald Range wahrscheinlich auch die Weisung bekommen, das Ermittlungsverfahren dann einzustellen. Aber noch läuft das Ermittlungsverfahren. Danke, Kolja Schwarz in Karlsruhe.